ja hallo leute ich bin es wieder euer masterkiller wir spielen Escape from Tarkov und beschäftigen uns heute mit der Task vom Skier und zwar Chemical Part 2 diese Quest ist eigentlich ziemlich einfach wir haben ja in der Mission Chemical Part 1 den Dom Room Key 220 dem Skier übergeben den kriegt man jetzt hier als Initial Equipment wieder zurück wodurch sich glaube ich erübrigt wo wir diese zwei Punkte hier also find any information that could help the investigation wo wir die quasi herbekommen so jetzt sind wir jetzt in den 3er Doms im zweiten Stopp wenn man da hinten rein geht der Gang gleich nach hinten links sind wir an der Tür 220 aufschließen so die Informationen sind einmal hier hinten am Laptop dran diese USB Stick und hier oben im Regal sind diese Dokumente so hier auf dem Tisch spawnt auch dieser ZB01 oder wie er heißt das ist für den Bunker auf Furz und hier sind wir mit dem Mixed Rection Point wie immer man muss die Map lebend verlassen mit dem Stash ansonsten wenn es euch gefallen hat wie immer gerne einen Daumen nach oben dafür danke und dann sehen wir uns bestimmt wieder bei der nächsten Quest bis dann ciao